Hallo und herzlich Willkommen zur 55. Folge von Let's Play Minecraft und ja, wir haben tatsächlich noch die eine Karte fertig gekriegt und sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe ihr hattet gestern noch einen schönen angenehmen Tag gehabt. Ich weiß nämlich nicht, wie das Wetter war. Wie gesagt, das hier ist jetzt momentan alles vor Produktion. Ja. Fühlt sich das gut an, wieder zu Hause zu sein? Da wird tatsächlich sogar noch ein bisschen Leder abgestaubt. Schafis. Rasenmähen müssten wir hier auch mal wieder. So. Dann jetzt eben einmal, zack. Das kann ja eigentlich auch hier endlich mal weg. Dann brauchen wir auch nicht mehr überlegen, wohin damit, wie wir es hier rauskriegen. Ganz einfach, wir kriegen es so raus. So. Mhm, 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 mhm. Aha, ja, ja. Alles klar. So. Nehmen wir auch die da. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Was lassen wir hier? Das, was sowieso schon hier ist. Lassen wir mal hier. Pfeile. Da sind Pfeile. Okay. Pilz. Schmeißen wir da mal mit rein. Zirrosenblätter schmeißen wir auch mal mit rein. Ja, da haben wir hier nicht mehr. Fahrzeuge haben wir auch nicht. Die haben wir. Ne, da haben wir mitgenommen. Oh. Oh. Und nun haben wir vier. Kornapfel. Oh. Oh. Wir könnten ja auch endlich mal. Wir könnten ja auch endlich mal. Oh. was werfen. Das sieht irgendwie komisch aus. So, schon viel besser. Jetzt wünschen wir mal ein Sofa. Hier machen wir später einen Schreibtisch hin. Oh, was soll das? Wir sagen, zack, 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 zack. Zack. Sollte so hinkommen, ne? Ein riesiger Essens-Tisch kommt hier hin. So. 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 Dann bringen wir hier dann auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Irgendwann. So. Jaja, ist ja gut. So. So. Wir haben das schon mal so ein bisschen Mühe, 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 ja. Keine Sitzgelegenheiten. Da sieht die Wohnung auch nicht mehr so leer aus. So. 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 Achja... Da war ja was. Die muss man ja so da dran setzen. So, haben wir schon mal einen halben Schrank. So, dann hat sich das auch erledigt. So, tralali, tralala, tralala, tralali. Jetzt brauchen wir Stöckchen und Leder. So, Stöckchen haben wir, Leder haben wir. Daraus können wir noch eine zweite Tür machen. Der schmeißt wir da oben wieder mit hin. Daraus können wir auch noch ein paar Hölzchen machen. So, erstmal brauchen wir Hölzchen. So, da haben wir schon mal zwei. Da hatten wir doch irgendwo einen Raum, wo noch nichts drin war. So, Regal. Genau. Du siehst du, das Loch wollte ich auch noch stopfen. Dann machen wir das eben so. Zack. Gut. Dann fangen wir jetzt so mal an. Das ist unser Startpunkt. Da sind wir. Und Karte 3 war ja, die da drüber liegen. Genau. Dann haben wir das auch schon mal. So. So. Und wie viele brauchen wir davon noch? einen brauchen wir noch hey die beiden können eigentlich weg karte 2 ist der und karte 4 war jetzt der hier oben so ja, das haben wir schon alles erkundet können wir echt stolz drauf sein und da bei den Kästchen, da sind wir und da oben da ist das bisher das einzige bekannte Dorf irgendwie schade sieht doch bisher gar nicht mal so schlecht aus das heißt die können erst mal beiseite so so da machen wir wieder mal die Pferderüstung rein da haben wir noch ganz normalen Stein Daraus wollte ich nämlich ganz gerne eben Steinstufen machen und daraus dann was strichen. So, und dann können wir nämlich die Rüstung auch eben beiseite stellen. Dann brauchen wir die nämlich ständig mit uns rumschleppen und die verstaubt auch nicht in irgendeiner Truhe. So, wir müssen noch ein bisschen Ordnung in unser Chaos kriegen hier, das geht immer so gar nicht. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach in der nächsten Folge wieder in die Mine. Klingt eigentlich ganz gut, oder? Ja, finde ich auch. Schön, dass hier mir alle zustimmt. Ich bin begeistert. Daraus machen wir noch eben gleich eine schnelle Tür. Das kommt ein nach unten. Das kann da rein. Die Uhr brauchen wir momentan nicht. Das kann da hin. Das kann da rein. Das Boot nehmen wir auch da rein. So. Nehmt. Zack. Da kommt nichts rein. Da ist Kies. Hier ist Erde. So. Ach, das ist Stein. Dann schmeiß wir den da rein. So. So. Karten. Null. Zwei. Drei. Vier. Leer. So. So. Null. Vier. Da denkt sich der Allein wenigstens ausgerüstet. Um in die Mine zu gehen. Yeah. Tschüüüüüüüüü. Danke! Du 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 du. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und wenn wir dann weiter an der Mine arbeiten... Ah, der fällt mir an, wir brauchen noch Fackeln, sonst geht das nicht um mit der Mine. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten mal, tschüüüüüüüü!